Schlüssel Die Zombies sind bestimmt draußen hier irgendwo Ach außerhalb der Map meinst du? Ja Boah ich denk immer ich fall hier runter ey Oh mann, was ist denn hier jetzt? Zellen auf, ich komm da nicht dran mann Zellen auf Also guck mal die Decke, weil da sind teilweise auch Lüftungsschächte drin Nicht dass da irgendwo ein Schalter dran hängt Achso Ja, das wär jetzt krass ey Boah jetzt mal hier besser hinsetzen Wär aber cool Ja Dann würden wir hier weiterkommen, nicht? Oh ja Oh ich will immer rennen, aber ich will gar nicht rennen Also hier unten sind ja keine Dinger an der Decke, ne? Ne, oh ich hab nur noch zweieinhalb Keulen da unten Du musst ja bald halt Brot essen Ja, hab ich schon gegessen jetzt Ich seh noch ein Hirn Na Aber ich will da rein, Mann Haben wir vielleicht irgendwo ne Kiste übersehen? Ne Das müssen wir gleich den Schlüssel bauen Ja sonst Ja oder wir benutzen jetzt den Schalter hier an dem Office Ne, hier ist ja kein Schild, weißt du? Ja, aber wir haben doch jetzt hier alles durchgesucht, oder? Ja Oder warte mal, können wir mit dem Schalter vielleicht in dem Zellentrakt was machen, dass wir dann einfach wieder hier rauskommen gleich? Können natürlich auch noch sein, ne? Achso meins, aber ich glaub da stand kein Schild mit Schalter oder sowas, ne? Achso, ja ich geh trotzdem mal gucken eben, wenn da noch irgendwas auffällt Guten Tag Ja, die Schaltzentrale Achso, ja klar, da sind wir auch vorgewesen gerade, ne? Ja, aber guck mal, dann kommen wir nämlich wahrscheinlich dahin, da oben drüber, über dieser Tür von der Schaltzentrale, da war ja kaputter Stein Und von da aus läufst du dann bestimmt hier oben drüber rum, irgendwie Achso, über den Zell, meinst du? Mhm Aber ich glaube, hier gibt es nicht Nee Ich glaube, hier finden wir nicht so Scheiße, Junge Da ist doch so ein Craftingfeld auf jeden Fall Ja, aber wofür? Voll alles zerstört hier, ey Und keiner da, wir sind die einzigen, Mann Mann Bin hier raus Ja, die scheint fast kaputt zu sein Wo geht's, ey, jetzt gibt's nicht Komm, wir müssen den Schalter da anbringen An der Waffenkammer oder was? Ja, genau Okay Also ich wäre jetzt dafür Ja, mach Mehr Ideen hab ich nicht Mach Ja, ich hab den Schalter Mach, 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 mach Das ist ein Schwert Voll abgefuckt, hier für einen Schlag so Ja, hier auch Ja, das war's Lol Ja Also ich bin mir relativ sicher Dass das nicht richtig war Dass wenn wir den jetzt hier abbauen und mitnehmen und oben setzen Dass wir dann da einen Schlüssel für die Waffenkammer drin finden Oh Oh nein, den kaputt gemacht Ja Ja, man kann den nicht mitnehmen Wenn den Abbau ist, ist es kaputt Achso, ja dann Ich wette, dass Dass hier irgendwas drin ist Da ist nämlich ein Schalter an der Seite Hätten wir den hier dran machen sollen? Ja, ich denke mal Hm Also kann ich mir nur so erklären Weil Andere Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr Ne, deswegen Also jetzt müssen wir mal ganz kurz hier durchtesten Oder wir sind einfach zu blöd Sonst ladet ihr euch mal die Map runter Guckt ihr mal nach So Dann haben wir den jetzt quasi hier dran gemacht Ja, aber guck mal Wir hätten doch mal irgendwie eine Pickaxe bekommen müssen, oder? Wir kommen hin Ah, hier ist die Kiste Lol Hier, Schlüssellagerraum, Erdgeschoss Ja, siehste Dann wäre nämlich so rum wahrscheinlich richtig gewesen Vielleicht war das mit dem Schalter Auch nur ein Wink mit dem Zaunfall Dass man an so Türen Schalter setzen kann Aber guck mal Hier kommst du durch die Wand rein Meinst du? Ja Ja, wir hätten wahrscheinlich eine Pickaxe mehr haben müssen, ne? Ey Guck mal durch, warte So Ne, da ist nichts drin Die hab ich schon nochmal durchgesucht Oh, Meno Wir sind zu blöd, Mann Gibt's vielleicht noch irgendwas, was wir hätten abbauen können Mit irgendwas, was wir haben Aber warte, was steht denn hier nochmal? Mit einer Schaufel dürfen wir Erde und Kies Mit einer Schere dürfen wir Wolle Und mit einem Feuerzeug dürfen wir Holz verbrennen Okay Ich untersuche jetzt nochmal alles Und dann weiß ich auch nicht mehr Dann könnt ihr mir gerne eure Tipps unten reinschreiben Ja, das ist Das ist komisch, ne? Die richtige Version ist es ja, ne? Ja doch, weil so ist das ja ganz gut aufgebaut Nicht, dass ihr irgendwie durch die Das, dass ihr durch die Command Blocks Halt den Items falsche Haltbarkeitswerte zuweist, weißt du? Da denke ich jetzt gerade so dran Aber da willst du wahrscheinlich kein Problem mit geben, ne? Ne, ich glaube ja auch nicht Da kommt man durch Ne, da waren wir ja gerade, ne? Was ist denn da? Achso, da ist der Ding ins Raum, okay Da war ja auch nichts mehr drin Hier ist die scheiß Zelle Da ist aber auch nichts drin Da habe ich gerade schon geguckt Hä? Da ist nichts in der Gummizelle, Mann I don't understand Die weiß nicht Wie hast du denn die ganzen Dinger hier aufgeklappt? Was soll er hat? Damit ich weiß, dass ich da war Lol Ja, was ist hier? Guck mal Guck mal hier zu dem Raum mit den Truhen hin Ich meine, den Raum mit dem Truhen Das kann doch nicht alles sein, oder? Ich klicke einfach mal alles an Kann man die nicht irgendwie löschen? Die Fackeln? Ach, guck mal, ich habe eine Pickaxe Nein, Quatsch Lol Oh, was ist denn hier? Hier vielleicht irgendwie was? Ich habe einen Schlagstock Vielleicht hier mal durch die Decke noch so lunzen Na gut, wäre mega fies, wenn er irgendwas um die Ecke wäre Ja, aber ist vielleicht mega fies Wer weiß Ich will die Türen aufhören, Mann Ich auch, weil da ist so voll viel drin Voll viele leere Kisten wahrscheinlich Schlie-Männlich-Fächer Sind hier drin Ja, ich meine, wenn hier wirklich irgendwo eine Pickaxe drin wäre Wir brauchen nur eine Komplettlösung von dem Kollegen Das ist voll krass, ey Ach, komm mal her Hast du was? Obwohl, nee, doch nicht Sah nur so aus Schade Ich habe gerade gedacht, als ich die Tür zugemacht habe, dass hier die Dinger aufgingen Kannst du mal von außen den Schalter umlegen? Ja, warte mal So, nee, dann ändert sich auch nichts Genau, wir sind ja hier rein, konnten das hier umdrehen Ja, hier fehlt eine Redstone-Fackel noch Ja, warte, die hast du ja kaputt gemacht Ja, setz die mal dahin einfach mal Einfach mal so Aber das ändert wahrscheinlich nichts, ne? Äh, löschen wir direkt Oh Aber vielleicht kann man auch wiederum in der Schaltzentrale, ähm, irgendwie, äh, die Dinger aufmachen, weißt du? Dass hier hinter ein Redstone-Signal läuft, oder so Ach so, meinst du? Aber wir kommen nicht rein, ne? Nee Weil eigentlich braucht man eine Pickaxe Vielleicht haben wir die Pickaxe zu sehr verballert, oder was? Nee, wir kamen ja mit der einen aus der Zelle raus Ja, mit der anderen haben wir die drei Blöcke gemacht Genau, dann kamen wir ja in diesen Trakt hier rein Genau Und dann waren die ja weg Hm Dann waren die ja vernichtet, so Ich versteh das nicht Das ist aber blöd, Mann Das ist aber blöd, Mann Warte, ich guck nochmal eins nach Vielleicht war in diesem Lüftungsschacht hier auch eine andere Wand, die wir hätten einreißen können Da unten in dem Langen, oder was? Ja, genau, wo wir erstmal durchkamen, wo war der nochmal? Hier ganz unten, warte, komm mit Ach genau, jetzt die Kantine? Ja, da kommen wir auch nicht rein Da kommen wir ja nur von innen, kann man die Türen ja nur öffnen Ja, genau Ja, hier war das Ach, meine Nase juckt so gerade Ach, ich hab immer mehr Hunger Komm, Junge Bist du da unten? Ja Ah, ich seh dich Jo, Mann Hier ist das Da ist die Waffenkammer hinter Und hier ist dieser Gang, aber glaube ich nicht, ist doch viel zu dunkel, ey Ne, hier ist aber auch nichts mit brüchigen Steinen Ne Weil die Schwerter dürfen wir eigentlich gar nicht haben im Moment Ja, stimmt Ich kann nur Nacht schlafen Oh Mann Ja, aber hier wird nichts sein erstmal, glaube ich Kamst hier in die Kiste dran nicht, ne? Ne Das ist echt blöd Wir kommen immer weiter Fing so gut an, unser Ausbruch Ja, aber Dann hat er ein jähes Ende gefunden Aber wie geht's jetzt hier weiter? Das stellt sich wirklich noch die Frage Was hat denn hier? Hauptsache, die haben einen Knopf dafür, dass das Klo aufgeht, ist klar, ne? Das ist ein Abziehen Ah Also drückst drauf, wenn du fertig bist Ach, dann geht die automatisch zu noch dabei Ja, genau Also geil, ey Brauch ich zu Hause auch Automatisch zu? Und du hast so einen Klodeckel? Ja, klar Der ist zwar nach oben festgeklebt, aber Zombie-Brain Also so langsam werde ich wüten, Peter Ja, so ein bisschen Ja Ja, ist jetzt halt die Frage, ob wir wirklich nur irgendwas übersehen oder ob was nicht stimmt Das ist leider immer dieses blöde Restrisiko, was man Genau Hat Fehlt was oder sind wir einfach zu blöd? Das ist die Frage Also wenn nix fehlt, dann schreibt er 100% Guarantee dabei Ja Hm Also ich glaube, hier finden wir nix, Peter Ne, irgendwie nicht Und du hast auch keine Pickaxe aufgenommen? Ne, ich hab nix Ich hab nur noch zwei Dead Bushes Oh, die Dead Bushes Ja, die wachsen unter meinen Armen Deshalb heißen die Dead Bushes Das in deiner Hose Da ist nur ein Dead Bush Passen zu dem Dead Cheap Weißt du, ich würde ja gerne hier hinten an der Schaltzentrale würde ich ja gerne rüber Wir schlagen uns überall durch, Junge Weißt du, ich würde ja gerne hier durch Weil wenn wir jetzt ne Pickaxe hätten, würde man hier die zwei kaputt schlagen wahrscheinlich Und da nen Schalter sehen Ne, dann können wir da oben reinspringen doch, oder? Ne, da war ja ne Decke drin Ja, aber vielleicht geht's da drüber noch woanders hin Achso, meinst du? Ja, das kann sein Das könnte natürlich sein Guck mal, hier ist eine Lampe aus Ja, ist ne Lampe aus? Oh Warum das denn? Weil ich überprüfe jetzt nochmal die ganzen Dinger hier Und wenn nicht, dann müssen wir leider nen Cut machen, weil wir da nicht mehr weiterkommen Ja Verdammt, ey Das kann nicht so schwer sein, das gibt's doch nicht Wir sind einfach zu blöd Wir müssen noch leichtere Maps machen Noch leichtere, ne? Ja, genau Wo nur so ein Schild steht, baut ein Haus Wäre ja schon zu schwer Knopf drücken Und dann Geschafft Gab doch mal bei Simpsons das Spiel Das leichteste Archiv in der Welt Ja Wenn du Start gedrückt hattest Lol Im Titelscreen Lol, ey Ma So läuft das hier So läuft das Schlag ich kaputt? Ich hab noch ne Splash Potion Auf Regeneration Mhm Die bringen aber Und diesen geilen Schlagstock Der leuchtet Ja Oder bräuchten wir hier ne Pickaxe Oder ich Ich weiß es echt nicht Der kommt mir nicht mehr raus, Mann Oh Mann Wir sind so blöd Schlagt halt jetzt auf hier Kaputt, Ragen Ja, wie soll's denn gehen? Wir können's nicht wissen Ah 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 Soll man die dann so lösen irgendwie? Wie denn? Vielleicht Erkennen wir das ja Was fehlt Guck mal hier Wie geht's denn die Treppe rauf Lol, also ich glaube Ich glaube hier hätten wir nicht her gemusst Ne Aber hier kommt man ja später her Ist aber so dunkel hier, ne? Ja Ja, oder über der Schaltzentrale Ich meine, wir müssen ja jetzt hier mal Ja, wir müssen jetzt einfach mal hier rumgucken Äh ne, die Schaltzentrale ist ein tiefer Ich kann schon nicht mehr rennen, weißt du? Haha Warum bin ich auch gerannt, Idiot? War hier die Schaltzentrale? Ja, da ganz am Ende Ich folge dir, also Bin nur gerade umgeknickt Äh Kommt man da denn rein? Ah doch, mit einem Sprung schafft man das Ja, aber nur wenn man Volle Geschwindigkeit hat Ja, ein Brot hab ich noch So Hopp Okay Yeah Wo geht's jetzt hier hin? Geh du erstmal, dann seh ich auch was danach Ah, jetzt sind wir in den Lüftungsschichten Ah In den oberen Lüftungsschichten Ah Guck mal, hier kannst du die Lampen alle ausmachen Ich hab die eine mal angemacht, da war er falsch Hier war auch noch eine aus Hier ist schon mal nix drin, Junge Geh ich mal zur anderen Richtung Oh, und ich sollte nicht rennen Ich hab nicht mehr so viel Fressen Ja Oh Okay, hier ist auch nischt Nichts? War da nix hin in der Ecke? Nö Fuck Also hier ist die Leiter Ah, warte, hier sind wir in der In der Halle Guck mal, hier sind zwei Leitern Ich geh hier mal eine runter Guck mal, wo ich da auskomme Ja, stimmt In der Einwahl Oh, hast recht In der Einwahl so ein Loch Hä? Hä, also irgendwas kann doch nicht stimmen Weil hier ist also auch schon wieder Ähm, eine Stelle, wo man eine Pickaxe braucht Ja Das ist echt komisch Ach genau, hier war die Leiter, ne? Ne, es gibt zwei Leitern Hier ist eine und auf der anderen Seite nochmal Ich glaub, hier kommst du ursprünglich in das Wärterzimmer rein Warte, ich guck mal eben Ja, genau Hier kommst du in das Wärterzimmer rein Ja Da findet man dann ja den Schlüssel für die Waffenkammer Genau Dann sind wir da unten Wieder quasi Ja Oh, das ist aber blöd, Mann Den Schlüssel für die Waffenkammer Ui Hier war nur das, okay Ähm War hier nicht noch irgendwo in einem Treppenhaus noch Äh Kaputte Wand? Ja, war doch auch noch, ne? Ja Da ging es auf so eine Treppe hoch Da waren wir gerade, ne? Ich komme ja gar nicht mehr raus Wo komme ich denn hier raus, Mann? Du musst die andere Treppe nehmen Och, scheiße Hm Das ist aber blöd Das ist aber blöd hier Ja, weil hier ganz oben, oberste Etage Da sind noch zwei kaputte Blöcke Da waren wir gerade drin, ne? Da ging es ja nur nochmal hoch Durch so eine Treppe, ne? Äh, ja, warte ich mal hoch Aber, aber vielleicht Aber von da aus Würden wir dann vielleicht, ähm In die Kantine kommen, weißt du? Da kommen wir doch da wahrscheinlich lang Wir sehen noch nix So Ah, hier meinst du? Ja Ich sehe echt wenig Muss man auf hell machen Ja, hab ich Smoothie Ah, hier geht es hoch noch Wenn das Problem ist immer Wenn du vor mir läufst Dann sehe ich dann kurz gar nichts Weil du einfach komplett schwarz bist Was? Ja Ah, hier Generator starten und stoppen War das da? War das da? War das da? Hattest du mir das Licht an? Kann ich mich zerdrücken lassen? Ne, irgendwie nicht, ne? Oh Generator starten und stoppen Okay Weil hier oben sind auch noch solche Wände Die man kaputt schlagen kann Okay Ja, dann kommt man hier in die Kantine raus In den Kühlraum Wollen wir mal Wo bist du denn hochgegangen? Hier bin ich Ach ja, okay Aber selbst hier findet man nix Ist auch nur Fressen drin Ja, ich gebe halt immer mal alles mit Hier ist auch noch ein Buch Das neue Essen Du machst einfach mal alles mit hier Das neue Aber hier kommen wir auch nicht in die Kantine rein jetzt, ne? Ne Okay Wir wissen ja auch nicht, ob das jetzt so richtig war Den Weg, den wir jetzt hier gegangen sind Ja Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut Genau Ne? Wie gesagt, guckt mal in die Videobeschreibung Ladet euch mal die Map runter Und wenn der Map-Embauer dieses hier gerade guckt Dann soll einfach mal in die Kommentare schreiben Was wir falsch gemacht haben Oder vielleicht noch was an der Map überarbeiten Ich weiß ja nicht, ob was gefehlt hat Ob wir einfach zu blöd waren Ja, kann auch natürlich immer sein Genau Da fand ich ausschließen Ansonsten Ist ein Faktor Ein guter Faktor vor allen Dingen Bewerte die Map Und bis zum nächsten Part Tschüss Und bis zum nächsten Mal Hier geht's Wie geht es? Wie geht es? Ich schtüge mir das Ich schtüge mir das